Es ist mal wieder Zeit für einen Todessong Es handelt sich um den vielleicht skurrilsten Tod im ganzen Aura-Projekt bisher Aber hört selbst, viel Spaß Oh yeah Das siebte PvP-Event Ein Projekt, das schon jeder kennt Ich war gespannt, was heute wieder so geht Und während dieser Folge Misserfolgert, wer als letzter steht Gomme HD war dieses Mal der Mensch, dem ich zugucken wollte Und sehen, wie er kämpft Es war ganz normal, er freute sich War sich sicher, dass er heut gewinnt Und ich leugne nicht, dass ich Hoffnung hatte Heute könnte es Gomme schaffen Es ging los und der Zon war in weiter Ferne Alle passten auf, denn es wollte keiner sterben Gomme blieb im Hinterhalt Und die Schneebälle flogen wie zur Winterzeit Er ging zurück, Stück für Stück Und ihn verließ das Glück Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft Wollte jetzt nicht sterben Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Wollte jetzt nicht sterben Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft Und stirbt Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Wollte jetzt nicht sterben Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Und stirbt Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft Wollte jetzt nicht sterben Und er wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Die Enderperlen wirft und wirft und wirft und wirft und wirft Und stirbt Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.